70% mehr EM-Renten wegen psychischer Erkrankungen, dafür deutlich weniger EM-Renten wegen orthopädischer Erkrankungen. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, die Statistiken der deutschen Rentenversicherung lügen nicht so häufig oder meistens gar nicht. Und zwar gibt es einen gewaltigen Rückgang von bewilligten EM-Renten in dem Bereich von chronisch-orthopädischen Erkrankungen. Waren es im Jahr 1993 bis 2022 noch rund 81.000, ist das gesunken auf 18.000. Das ist also sozusagen nur noch ein Viertel dessen, was an EM-Renten aufgrund dieser Erkrankungen bewilligt wird. Ja, also diese Muskel- und Skeletterkrankungen haben massiv abgenommen und deshalb gehen hier die Zahlen auch deutlich runter. Was aber extrem nach oben gegangen ist und das ist auch Grund meines Videos, sind die EM-Renten aufgrund psychischer Störungen. Die Zahl der Betroffenen kletterte hier innerhalb der letzten 30 Jahre von rund 41.400 im Jahr auf 69.300. Das ist ein Plus von 70 Prozent. Und vor allen Dingen Frauen leiden besonders nach den aktuellen Daten stark an Depressionen und anderen psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen. Meine Damen und Herren, man kann also hier auch Rückschlüsse ziehen auf die Gründe, die sich, also auf die Ursachen der psychischen Erkrankungen. Das können unter anderem auch nicht behandelte vegetative Störungen sein, Arbeitsdruck, Belastung auf der Arbeit, familiäre Gründe und so weiter. Aber wir können sagen, und das macht auch bei uns den Hauptteil der Tätigkeit im Bereich EM-Renten aus, neben Covid, neben Krebserkrankungen und auch neurologischen Erkrankungen gehen die EM-Renten wegen Psyche massiv nach oben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.